Heute ist der 18. Februar 2024. Wir sind an der Costa Brava in Le Estri und genießen das Leben. Wir haben hier gut 20 Grad und sitzen gerade in einem Café, lassen es uns bei einem Café-Conleche gut gehen und können uns von diesem Ort gar nicht so richtig lösen. Müssen wir auch nicht. Ja, und das ist ein bisschen weiter. Hier gibt es eine schöne Altstadt und wir sind mit dem Fahrrad unterwegs und spüren den kühlen Wind in diesen kleinen Gassen. Ein bisschen Kunst, vielleicht auch Kitsch, keine Ahnung. Das ist der Fluss. Hier gibt es also reichlich Fischbesatz dort, wo die Staustufe ist, wie man sieht. Ja, und es ist alles in einem, ja, Umkreis von 7, 8 Kilometern. Ja, da gibt es was zu essen. Es gibt einmal Wolfsbarsch. Vorweg gab es gegrillten Spargel und, ja, als Abschluss dann eine Creme Catalan. Ich bin zufrieden. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss.